Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 98. Folge von Scheuber fragt nach. In diesem Podcast werden immer wieder auch schwierige Fragen gestellt, die manchmal kaum beantwortbar scheinen. Aber dann entdecke ich wieder etwas in meinem Archiv und plötzlich wird da soeben noch unerklärliche Sonnenklar. So ist es mir diese Woche wieder gegangen. Ich habe in der letzten Folge darüber gerätselt, wie Herbert Kickls Beschreibung von Alexander Van der Bellen als senile Mumie und der Wunsch dem Bundespräsidenten, den Schädel gerade zu richten, wirklich gemeint sein könnten. Zugegeben Kickls Rechtfertigung, dass senile Mumie keine Beleidigung sei und meine These, dass seine geplanten Handgreiflichkeiten gegen den Kopf von der Bellens vielleicht nett gemeint waren, klangen aufs Erste ziemlich gewagt. Aber jetzt bin ich auf eine Aussage Herbert Kickls gestoßen, die einem all das in einem völlig neuen Licht sehen lässt. In einem vor ein paar Jahren gegebenen Interview antwortet Kickl auf die Frage, welcher Politiker ihn beeindrucke, spektakulär überraschend. Ich schätze die Art, mit der Alexander Van der Bellen Politik kommuniziert. Das gefällt mir, das hat Sex. Wow. Zu Alexander Van der Bellens Art zu kommunizieren kann einem ja vieles einfallen, aber Sex ist nicht unbedingt das naheliegendste. Gleichzeitig hat die Information, dass Herbert Kickl überhaupt an Sex denkt, auch etwas tief Trauriges, ein bisschen wie ein Hund, das zu einem Schwarm Zugvögel hinaufschaut. Seine sexuelle Assoziation zum Bundespräsidenten lässt jedenfalls verstörende Bilder entstehen. Ob es sich bei gewalttätigen Rollenspielen mit Mumien um gerontophile Bondage-Fantasien handelt, bleibt offen. Auf jeden Fall muss man nach diesem Bekenntnis Kickls Gefühlslage und Äußerungen zu Alexander Van der Bellen völlig neu bewerten. Möglicherweise gilt das auch für ein anderes Zitat, das ich in der Vorwoche erwähnt habe, nämlich Kickls programmatische Ansage Richtung Wladimir Putin. Wir müssen unser Verhältnis zu Russland normalisieren. In den vergangenen Tagen haben wir erfahren, was da in Österreich in den letzten Jahren ganz generell unter normal verstanden wurde. Und das geht nicht nur, wie bislang allgemein bekannt, Richtung Freundschaftsdienste für Putin, sondern ganz stark Richtung Landesverrat. Der nun verhaftete Egisto Ott und der nach Dubai geflüchtete Martin Weiß haben für Russland spioniert und wollten nicht nur mit der damaligen Außenministerin Karin Kneißel einen eigenen Geheimdienst gründen, sondern waren auch maßgebliche Initiatoren der von Herbert Kickl orchestrierten Razzia im Verfassungsschutz. Interessant in diesem Zusammenhang, was parallel dazu ihm von der FPÖ geleiteten Verkehrsministerium als normal gegolten hat. Der damals dort amtierende Generalsekretär Andreas Reichert hat sich mit einem bemerkenswerten Konzept beschäftigt, nämlich einer Kampagne zur Verbesserung des Images von Russland in Österreich. Als Maßnahmen, die Russland bei uns beliebter machen sollen, sind darin unter anderem Veranstaltungen und Events angeführt, wie ein Russlandfest auf dem Wiener Rathausplatz oder die Verlosung von Tickets für Matches des FC Chelsea, der damals noch dem russischen Oligarchen und Putin-Freund Roman Abramowitsch gehört hat. Dieses Konzept ließ Reichert wenige Tage vor dem Staatsbesuch von Wladimir Putin ins Russische übersetzen. Ob Putin sich darüber gefreut hat, wissen wir nicht. Ein Punkt in dem Konzept war aber definitiv ganz in seinem Sinne, nämlich Vorschläge zur Durchsetzung einer russlandfreundlichen Berichterstattung hinsichtlich Wirtschaft und Politik. Ob das außerhalb von FPÖ-TV funktioniert hat, weiß man nicht. Den Moskau-treuen Express hat es ja damals noch nicht gegeben und Klaus Woltron stand in der Kronenzeitung noch im Schwurbler-Schatten von Tassilo Valentin. Klar scheint aber, an wem sich Herr Reichert orientiert hätte, wenn es um Durchsetzung einer bestimmten politischen Berichterstattung geht. Er hatte nämlich seinerzeit nicht nur Verbindungen mit Neonazi-Legende Gottfried Küssl, sondern war auch bei den legendären Wehrsportübungen mit HC Strache dabei. Und dass HC Strache die Durchsetzung einer bestimmten politischen Berichterstattung immer schon ein besonderes Anliegen war, wissen wir spätestens seit der Vorwoche. Da wurden einige Chats einer WhatsApp-Gruppe bekannt, in denen Strache sich unter anderem mit dem aktuellen FPÖ-EU-Wahl-Spitzenkandidaten Harald Wilimsky darüber austauscht, wie man unliebsame politische Berichterstattung künftig unterbinden könnte. Für die Erreichung dieses Ziels bei unbotmäßigen ORF-Journalisten hat Strache einen radikalen Vorschlag. Wir müssen sie abschießen! Diese Strategie hatte er vielleicht schon bei seinen vorhin erwähnten Wehrsportübungen ausprobiert, von denen er behauptet hat, er wäre dort nur als Paintball-Schütze dabei gewesen. Beim ORF war unter anderem Armin Wolf, Ziel der Schussversuche Straches und seiner Freunde, aber auch Satireformate, in denen Herbert Kickl parodiert wurde, was von Harald Wilimsky kommentiert wurde mit Derartiges kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Unfassbar! Seht euch das Video an! Wobei man bei Wilimsky nicht mit Sicherheit sagen kann, wie er das gemeint hat. Es ist auch möglich, dass er einfach unsicher war, ob das am Willkommen Österreich-Video nicht doch der echte Herbert Kickl war. Das ist wiederum bemerkenswert bei Strache. Ganz ähnlich wie beim Ibiza-Video ist es auch bei diesen Chats so, dass auch dort, wo er den gröbsten Blödsinn behauptet, immer ein bisschen Wahrheit aufblitzt. Sei es absichtlich oder dass es ihm passiert. Ein schönes Beispiel dafür ist eine Stelle, an der mir die Ehre zuteil wird, von Strache erwähnt zu werden. Er möchte den Kabarettisten Clemens Heipel zum ORF-Unterhaltungschef machen und schreibt, dieser wurde, Zitat, von den linken Kabarettisten Schäuber und Co. aus dem ORF gemobbt. Abgesehen davon, dass es für mich völlig unmöglich ist, irgendjemand aus dem ORF zu mobben, selbst wenn ich es wollte, ist es im Fall von Clemens Heipel besonders absurd. Zumal ich mit ihm nicht nur ein Buch geschrieben habe, sondern sogar mit ihm aufgetreten bin. Ich habe deshalb diese Woche bei Heipel nachgefragt und er hat mir bestätigt, dass er das nie gesagt hat und dass Straches Behauptung kompletter Schwachsinn und eine glatte Unwahrheit ist. Das ist man ja von Strache durchaus gewohnt. Aber dann schreibt er einen Satz, für den man ihm wieder fast alles verzeiht. Die ORF-Unterhaltung müsse dafür sorgen, dass, Zitat Strache, Rechte und Linke satirisch verblödet werden. Es heißt immer, Satire kann nichts bewirken. Wenn HC Strache aber hier andeutet, dass Satire für seinen eigenen geistigen Zustand verantwortlich ist, dann ist das natürlich für uns Satiriker gleichermaßen Mahnung und Ehre. Strache wollte aber nicht nur ihm nicht genehme Leute beim ORF abschießen, er wollte auch ihm genehme reindrücken. Gelungen ist ihm das beim Philipp von Fit mit Philipp. Der soll Straches Fitnesstrainer gewesen sein. Was der Philipp aber jetzt bestreitet, das ist nachvollziehbar, weil Straches Erscheinungsbild im Ibiza-Video doch Zweifel an der Fitnesskompetenz vom Philipp aufkommen lässt. Kompetent war der möglicherweise ganz woanders, nämlich im investigativen Bereich. Irgendwo im ORF-Archiv ruht eine ganz spezielle Ausgabe der Sendung Europa Backstage, in der man Strache beim Fitnesstraining mit Philipp bewundern kann. Das Bemerkenswerteste ist aber ein dabei sichtbares Requisit, nämlich Straches Sporttasche. Und die schaut ganz genauso aus wie jene mit Bargeld vollgestopfte, die sein ehemaliger Bodyguard in Straches Kofferraum fotografiert hat. Wer weiß, vielleicht hat der Philipp damals auch einen Blick hineingewagt. Für den HC hätte er im ORF spionieren und ihn über ORF-Interner informieren sollen. Wahrscheinlich wollte er Strache wissen, welche ORF-Mitarbeiter wie gut bei Clash of Clans sind. Der ORF hat den Philipp jedenfalls jetzt einmal offiziell beurlaubt, also quasi ihm das Turnsackerl versteckt. Vielleicht kann ihm ja der HC mit einer Sporttasche aushelfen. Wobei, der wird künftig jeden Euro selber brauchen. Er hat ja dieser Tage angekündigt, dass er bei der nächsten Gemeinderatswahl in Wien wieder antreten will. Ist die Frage, ob er dafür ohne die tägliche Dosis Fit mit Philipp fit genug ist. Die Nachrichten der letzten Monate sprechen dagegen. So wurde beispielsweise bekannt, dass Strache bei einem Clubbing in einer Diskothek eingeschlafen sei. Also behauptet er zumindest. Ein Video zeigt ihn dort wild um sich schlagend. Strache sagt, das hätte er gemacht, weil man ihn gerade geweckt hätte. Ja, kann sein, vielleicht hat er davor vom Herbert Kieke geträumt. Auf jeden Fall lässt einen der Vorfall an Straches Polittauglichkeit zweifeln. Bei einem Clubbing einschlafen ist schon ein bisschen bedenklich. Das wäre ihm mit dem Gudenus garantiert nicht passiert. Oder können Sie sich vorstellen, dass ein Sebastian Kurz bei Martin Ho eingeschlafen wäre? Man kann nur immer wieder mahnen, Augen auf, auch bei der Wahl der richtigen Rauschmittel. Meine diesbezügliche Empfehlung lautet auch diese Woche wieder Weine von der Veneer Wachau. Neben den in dieser Vereinigung vertretenen Star-Winzern gibt es auch spannende Newcomer und Geheimtipps zu entdecken. Zum Beispiel die Familie Bergkirchner, die in Mitteransdorf nicht nur Marillen von bester Qualität ernten, sondern auch hervorragende Weine wie den grünen Welsenersmarkt 22 von der Ried Beugen. Sehr klar, straffend, mineralisch und das zu einem noch sehr wohlfeilen Preis. Prost! Um mit politischer Satire ein Problem zu haben, muss man sie als Politiker nicht unbedingt verstehen. Das gilt ganz generell für politisch engagierte Kunst, gegen die man als Politiker immer sein kann, ohne dass man sie auch begreifen muss. Mit verstärkten Politikerreaktionen in diese Richtung wird in den nächsten Wochen zu rechnen sein, denn die Anfang Mai beginnenden Wiener Festwochen bieten nicht nur ein Programm mit vielen politischen Themen, sondern haben auch die Ausrufung einer Freien Republik Wien angekündigt. Verantwortlich dafür ist mein heutiger Gesprächspartner, von dem die New York Times behauptet, er sei der kontroverseste Regisseur der Gegenwart. Ich spreche mit dem neuen Wiener Festwochenintendanten Milo Rau. Grüß dich Milo! Hallo Florian, hi! Am 17. Mai wird auf dem Wiener Rathausplatz die Freie Republik Wien ausgerufen. Der Letzte, der in Österreich etwas Ähnliches angekündigt hat, war Jörg Haider, der einen Freistaat Kärnten ausrufen wollte. Ihm ging es damals um ein, Zitat, Bekenntnis zu unserer Eigenart und unserer Identität, denn Kärnten sei die Ache Noah im rot-schwarzen Eisenmeer. Ich vermute mal, bei der Freien Republik Wien geht es um was anderes. Worum geht es da? Ja, es ist natürlich nicht so peripher wie Kärnten, sondern Wien, also die Freie Republik Wien. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich, könnte natürlich zu dem Zeitpunkt so langsam zur rot-grünen Blau-Lila Insel werden innerhalb des rechtspopulistisch abstrehenden Europas und auch natürlich Österreichs. Und die Idee ist eine Kunstrepublik, also es geht nicht von einer spezifischen Partei aus, sondern man könnte sagen, es ist eine Widerselbstermächtigung der Zivilgesellschaft. Also das Ganze geht aus von dem sogenannten Arzt der Republik. Das sind 100 Bürgerinnen aus Wien, also 69, drei aus jeweils den 23 Bezirken, aus allen politischen Richtungen, Altersklassen, Hintergründen und so weiter. An die 30 aus der ganzen Welt, Experten in aller möglichen Aufstandsformen und sonstigen Kunstformen. Und die finden sich zusammen, um diese Freie Republik zu gründen, die sich dann auch eine Art Verfassung geben wird, in der Wiener Erklärung nach fünf Wochen Debatten, also den Wiener Fest. Du hast es erwähnt, es gibt 23 Bezirkspartner, dort werden 69 Bürgerinnen und Bürger zu Räten der Republik bestellt. Wie wird man Rat der Republik? Einerseits gab es tatsächlich einen Aufruf, der von unseren Bezirkspartnern ausgeht. Jeweils drei suchen, also bei denen kann man sich melden. Natürlich gibt es da auch ein bisschen einen Versuch, das demografisch zu lenken. Also wenn wir jetzt plötzlich merken, wir haben nur Frauen, wir brauchen auch ein paar Männer oder wir haben nur Leute unter 25, wir brauchen auch ältere Leute und so weiter, dann würde man da natürlich ein bisschen mitsteuern. Aber grundsätzlich kann man sich bei diesen Partnern melden und die machen dann eine Auswahl. Und welche Fähigkeiten muss man da mitbringen? Ja, eigentlich gar nichts. Natürlich revolutionären Esprit, Bürgerssinn, solche Dinge. Ich glaube, die sich das melden und überhaupt auf diesen Aufruf stoßen, werden das vermutlich haben. Es werden natürlich einige auch bewusst angefragt, weil sie beispielsweise Carola Akete, jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, Elfriede Jelinek, das sind so ein bisschen unsere internationalen Expertinnen für Zivilcourage, könnte man sagen. Und die freuen wir an. Aber die anderen, umso unterschiedlicher die ihre Qualitäten sind, umso besser für die Freie Republik, glaube ich. Im Programm heißt es, an allen Ecken und Enden Wiens, vom Burgtheater bis zum Fußballplatz, entstehen Orte der politischen Selbstbefragung und des künstlerischen Widerstands. Als regelmäßiger Besucher von Burgtheater und Fußballplatz erscheint mir diese Ankündigung mutig. Wie soll das mit dem künstlerischen Widerstand funktionieren? Also im Burgtheater ist das sehr klassisch, könnte man sagen. Da bringt Kirill Serebrenikow, ein Dissidentokünstler, Regisseur aus Russland, eine Art Großinstallation zu politischer Dissidenz, gleichzeitig vermischt mit klassischen Arien. Das heißt Barokko. Das ist fast eine Geschichte der Dissidenz und das ist ein relativ klassischer Theaterabend, Fußballplatz. Als Beispiel, das ist einer unserer 23 Bezirkspartnerinnen. Das ist ein Stück, die Rechnung, die durch alle Bezirke tourt und wo die Tickets auch halb über die Bezirkspartner verkauft werden. Dann gibt es zum ersten Mal das Haus der Republik. Das ist vielleicht am größten. Das ist ein, man könnte sagen, ein Festivalzentrum, zusammen mit der Klimabiennale. Im Volkskundemuseum haben wir etwa 50 Initiativen aus der ganzen Welt, aber eben auch aus Wien und Österreich. Das werden unsere Büros, da halten wir die Hearings ab. Also da wird die Erklärung zusammen mit den Ratsmitgliedern ausgearbeitet. Es gibt Workshops. Man kann aber auch einfach mich besuchen. Also wir haben offene Büros. Man kann ins Intendantenbüro einfach durch die Tür reinlaufen und mich zur Rede stellen oder überhaupt Vorschläge machen. Und was sich ändern muss, da werden Initiativen auch fest wohnen. Also die Frauenbewegung aus Rojava zum Beispiel, die Landlosenbewegung und ganz, ganz viele andere Initiativen werden fest dort sein. European Alternatives machen Workshops. Es wird wahnsinnig viel los. Es wird sogar für dich schwierig sein, mich in diesem Gebügel zu finden. Das wollte ich gerade sagen, das ist schon herausfordernd. Also quasi Intendant zum Angreifen. Du bist quasi zugänglich. Gilt das zum Beispiel auch für politische Interventionen? Dürfen die auch so bei dir reinmarschieren, dann kommen und sagen, so nicht herauf? Das Lustige war, dass ich heute mit dem ORF mich unterhalten habe über die Eröffnung. Und ob man da, also wie da das kommuniziert wird, dass der Sender übernommen wird oder nicht. Und dann haben sie gesagt, ja gut, aber wir müssen auch bedenken, wenn die Eröffnung selber gekapert wird, das machen wir dann eigentlich, weil wir ja live sind. Im Theater ist man ja immer live. Und ich habe schon so oft erlebt, dass die Leute einfach reinmarschiert sind, so veranstalten, die ich gemacht habe und die Bühne gekapert habe oder einem zur Rede gestellt. Und dann musste man kurz unterbrechen. Und das ist okay. Also ich meine, warum nicht? Ich finde es ja schade, dass man aus normalen Parlaments und auch ganz vielen Vorstellungen einfach rausgeschmissen wird, wenn man das macht. Natürlich gibt es gewisse Grenzen der Idiotie und der Höflichkeit und vielleicht auch einfach der Faktentreue. Also gewisse Zwischenrufe werden wir natürlich dann nicht irgendwie als Gesprächsplanung annehmen. Leute, die einfach schlecht drauf sind, Rassisten sind, was auch immer, das geht nicht. Aber 90 Prozent der Leute wollen wirklich den Diskurs, wollen sich wirklich einbringen. Und das ist cool. Also deshalb haben wir eigentlich alles so organisiert, dass da Raum ist. Abends gibt es eben auch den Club der Republik, im Volkstheater, wo die Party weitergeht, wo man aber auch weiter diskutieren kann. Es steht auch im Programm, dass eingeschliffene Normen radikal in Frage gestellt werden sollen. Welche Normen sind da gemeint? Das betrifft vor allem das Festival selber. Also jedes Festival, vielleicht jede Institution hat Regeln oder Normen, die aber nicht explizit nicht bekannt sind. Zum Beispiel gibt es die Regel in den Wiener Festwochen, wenn du Künstlerin aus Wien bist, kommst du bei den Wiener Festwochen nicht vor. Das ist eigentlich eine Regel, die aber nie erklärt wurde. Es gibt viele andere Regeln. Wenn du aus Osteuropa kommst, kommst du als Künstlerin auch nicht vor. In der klassischen Musik, deshalb haben wir die Akademie Zweite Moderne gegründet, wenn du eine weibliche Komponistin bist, dann kommst du so 98 Prozent nicht vor. Nur zwei Prozent der Orchesterwerke und Opern sind von Frauen. Deshalb haben wir eine nur weibliche Plattform gegründet, wo wir auch Stücke produzieren werden. Und wir versuchen strukturell Dinge zuerst einfach mal zu klären. Warum ist das so? Warum gibt es eine 98 Prozent Männerquote in klassischer Musik, ohne dass diese Quote nie irgendwie erwähnt wurde? Und auch ohne, dass sich das in den letzten 100 Jahren lustigerweise nicht um ein Prozent geändert hat. Also was läuft hier schief? Und ich glaube, das ist das, was wir vor allem auch im ersten Jahr versuchen zu machen, wie kuratieren wir eigentlich so ein Festival? Wie viel wollen wir produzieren? Wer kommt eigentlich vor und wer kuratiert? Ist das der Rat der Republik? Bin ich und mein Kollektiv aus Kuratorinnen? Ist das noch jemand anderes? Ist das eine Mischung? Also wie kommt so ein Programm überhaupt zustande? Du hast es vorhin schon erwähnt, am Schluss des Projekts geht es dann aber doch wieder um Normen, nämlich um die Festlegung einer eigenen Verfassung. Was stellst du dir da vor? Da haben wir tatsächlich sehr, sehr lange überlegt und jetzt sind wir mit einem Kern des Rats, also mit etwa zwölf Personen, in engere Ausarbeitung gegangen seit einigen Monaten. Dann wird es die Hearings geben, wo wir Themenkomplexe besprechen werden. Also eben nochmal zum Beispiel die Quotenfrage, oder gibt es rote Linien? Es gibt Sachen, die wir nicht einladen, wie viel produzieren, wie kann ein internationales Festival überhaupt nachhaltig sein, denn wie wird kuratiert? Wollen wir Löhne, Produktionsbudget festlegen? Wollen wir zum Beispiel so eine 1 zu 12-Riege? Also das teuste Projekt darf nicht mehr als zwölfmal so teuer sein wie das billigste. Das würde dann Opern verunmöglichen. Oder wollen wir das nicht? Wie viele Opern wollen wir überhaupt? Wie viele wollen wir produzieren? Und so weiter. Also das sind die Fragen, die wir da im Sinne einer Verfassung, das sind ja keine Maßnahmenpakete, zuerst mal festigen wollen, was muss eigentlich überhaupt quasi offen, explizit besprochen werden. Und in einem zweiten Schritt in den nächsten Jahren wird das wirklich ausgearbeitet. Also was betreffen Quoten? Also wir haben über Osteuropa gesprochen, wir haben über Frauen gesprochen, man kann über den globalen Süden sprechen, weil natürlich 2% Frauenquote in der Musik ist krass, aber würdest du sagen, wie viele sind eigentlich auch von diesen Komponistinnen aus Afrika? Der müsste bei 0,002%. Also was sind hier ein internationales Festival? Wie wollen wir uns eigentlich wahrhaftig internationalisieren? Wie wollen wir gleichzeitig uns aber auch lokal verwurzeln? Und da ist vielleicht dieser Rat tatsächlich ein bisschen die Angestelle, weil der sehr, sehr lokal besetzt ist. Zwei Drittel und ein Drittel sehr, sehr international. Hast du dann auch die Freiheit, das so durchzusetzen seitens der Politik? Also konkretes Beispiel, wenn dieser Rat zum Beispiel beschließt, Opern sind zu teuer, es gibt keine Opern mehr in Zukunft bei den Wiener Festwochen, kann es nicht dann sein, dass die Politik dann sagt, Moment, Herr Rau, dafür haben wir sie nicht geholt. Das akzeptieren wir so nicht. Also ich gehe da sehr offen damit um von Anfang an. Also wir haben das Glück, dass wir eine sehr, sehr gute Politik in Wien haben. Wir haben das Glück, dass wir also jetzt rein intern der Festwoche einen super Verwaltungsrat haben. Also Leute, die wirklich verstehen, dass strukturelle Änderungen einfach notwendig sind, gerade in so einem Aushängeschild wie den Wiener Festwochen. Gleichzeitig tun wir auch nichts, was komplett unmöglich ist, weil wir ja auch praktisch denken. Also das kommunizieren wir auch dem Rat. Also wir wollen jetzt nicht eine 100% Wien-Quota oder was auch immer, sondern wir wollen wirklich versuchen, ein Programm zu machen, was nachher einsichtigerweise auch einfach Sinn macht und das beste Programm ist. Also wir haben ja jetzt aktuell schon 50% Artikel zu verkauft. Also wir haben so einen Verkaufsrekord der Festwochen aufgestellt mit dieser ersten Ausgabe. Aber es hat natürlich mit den ganzen Debatten zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass es ein, also schon dieses erste Mal, wo es sehr schnell gehen musste, ein auch sehr populäres Programm ist. Ich persönlich fände es schade und falsch, wenn man keine Opern mehr macht. Aber wenn die Argumente überwiegen, dann glaube ich nicht, dass nur ich überzeugt werde, sondern auch die Leute, die politisch dafür zuständig sind. Im Programm heißt es, wir sagen, es ist Zeit für eine zweite Moderne. Ist das auch ein bisschen eine Absage an die Beliebigkeit der Postmoderne? Auf jeden Fall. Also ich meine, die Postmoderne war ja beliebig dadurch, dass man relativ chaotisch versucht hat, die Mängel der Moderne durch eine Dekonstruktion derselben zu lösen. Also man hat gewissermaßen gesagt, Ideologien haben immer zu Stalinismus und zu Faschismus und zu Arbeitslagen und so weiter geführt und zu Kriegen, zum Kalten Krieg. Wir wollen jetzt keine Ideologien mehr. Ideologien sind böse. Wir haben aber gedacht, na gut, also die Idee der Moderne, ideologisch, also strukturell Dinge anzugeben und zu fragen, in welcher Welt wollen wir als Menschen da eigentlich leben, da wir ja einen Kollektivwillen haben können, da wir uns ja darüber unterhalten können. Also da wieder weg von dieser Beliebigkeit, diesen Punkt. Gleichzeitig hat die Postmoderne ja auch die blinden Stellen der Moderne gesehen. Also Schönberg, Freud, Klimt und so weiter, alles Männer, alle aus Mitteleuropa, alles super elitär. Und wie kann man z.B. den Auftrag der Moderne weniger elitär, weniger eurozentristisch und so weiter lesen und umsetzen im Rahmen, im natürlich sehr kleinen Rahmen eines Festivals wie der Wiener Festwochen. Das Schöne ist, das habe ich auch gemerkt, als wir in New York diese Akademie Zweite Moderne vorgestellt haben, das Schöne an Wien ist natürlich, dass es tatsächlich die Hauptstadt der Moderne ist. Also das sind wahnsinnig viele Impulse, also wie gesagt, von der Psychoanalyse bis zur Zwölftonmusik von hier ausgegangen sind und auch negative Dinge von hier ausgegangen sind, dass die Erfindung des modernen Antisemitismus geschieht auch in Wien. Also es ist eine Stadt, die wahnsinnig viele Widersprüche historisch in sich vereint, die auch noch vorhanden und ungelöst sind als solche und da einen zweiten Anlauf zu machen und zu sagen, es war nicht alles falsch an kollektiv Gedanken der Moderne, am Universalgedanken der Moderne. Lasst es uns noch einmal versuchen mit vielleicht dem Wissen, hundert Jahre später mit den Bedingungen, also auch dem ökologischen Denken, dem feministischen Denken und so weiter, von hundert Jahren später. Lasst uns das noch einmal untersuchen. Dieser Universalismus-Gedanke spiegelt sich vielleicht auch in der ersten Rede wieder. Omre Böhm wird kommen, wird am 7. Mai eine erste Rede halten am Judenplatz. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen wirklich, meines Erachtens, besonders herausragenden Denker nach Wien zu holen? Also ich bin ja immer ein Freund, das, ich glaube er selber nennt, das radikalen Universalismus, eines Menschen, der versucht, die Widersprüche auf einer höheren Ebene noch einmal zu denken und nicht nur in diesen Yellow-Press-Antagonismen zu bleiben. Also ich glaube, wir haben in Europa, und darüber wird Omre Böhm's Rede gehen, ein, wie soll ich sagen, ein fast Verfassungsproblem oder vielleicht auch ein Problem des ethischen Auftrags der EU. Also es gibt Westeuropa, wo ich nicht lange jetzt aufgehalten habe, Belgien, Frankreich, eine grosse antifaschistische Tradition, gleichzeitig aber Kolonialmächte. Sowohl Frankreich wie natürlich Belgien haben Millionen von Menschen auf dem Gewissen in ihren ehemaligen afrikanischen, nordafrikanischen oder eben im Freilich von Kongo als von Belgien in kongoliesischen Provinzen und haben deshalb eine sehr, sehr dezidierende postkoloniale Kritik und so weiter und Selbstauftrag entwickelt. Hinwiederum überquert man die Sprachgrenze nach Deutschland, also ich wohne in Köln, quasi an der Sprachgrenze, dreht sich die Sache und der grosse, das grosse historische Trauma und der grosse ethische Auftrag ist natürlich, dass sich der Holocaust niemals wiederholen möge und jede Form von Antisemitismus verhindert wird, was genauso legitim ist. Und wir haben aktuell einen, zuerst einen Historikerstreit und jetzt glaube ich eine Form von, das wir auch in Wiener Festwochen gemerkt haben, eine Form von moralisch-politischem Streit, was ist wichtiger? Also dass man quasi keinen Kolonialismus mehr hat oder dass man keinen Holocaust mehr hat. Kann man das vergleichen? Wie bringt man das zusammen? Und das habe ich beispielsweise bei der Einladung von Anni Arnaud gemerkt, wo man gesagt hat, in Wien natürlich rechte Parteien, die sich diese Begriffe aneignen. Ich finde, auf eine falsche Weise, Anni Arnaud, weil sie die Besatzungspolitik von Israel irgendwann mal kritisiert hat, ist eine Anzeige. Und sie würde natürlich sagen, ich bin gegen Kolonialverhalten. Es ist schwierig. Und Omri Böhm versucht eigentlich, die EU zu denken, die dabei ist, zu zerbrechen. Wie machen wir das? Wie machen wir das, dass diese beiden historischen Linien wieder zusammenfinden und eben nicht in die Hände von Linksradikalen, von Rechtsradikalen, sich gegenseitig bekämpfen, sich Rassisten beziehungsweise Antisemiten nennen und man sich da lokalpolitisch zerfetzt, während die Frage für Europa natürlich eine viel grössere ist. Und das wird, das ist ja sein, sein Ansatz ohnehin. Und er fragt sich, wie kriegen wir das eigentlich wieder in den Griff? Gibt es ein Denken, also fast ein kantianisches Denken gewissermaßen, nach, es ist wieder eine zweite Moderne, könnte man sagen, ein Universalismus, der anerkennt, dass es Gleichzeitigkeiten gibt, wo nicht die eine oder die andere dadurch falsch, unethisch oder unwirklich werden. Du hast Anja noch erwähnt, die Politik hat da schon reagiert, also vielleicht nicht die erwachsene Politik, es war nur Laura Sachs, aber besser ist gar nichts. Sachs-Lehner ist empört, dass die Anja noch bei den Festwochen auftritt. In Wirklichkeit tritt sie aber gar nicht auf, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, also ich glaube, Frau Sachs-Lehner hat ganz, ganz viele Dinge einfach nicht in Betracht gezogen, es hat sie aber auch nicht interessiert, weil sie einfach ein bisschen, ich glaube, Chaos stiften wollte, wollte zu ihren eigenen Nutzen, das kann man ja auch machen, aber die Sache hilft sich und die Fakten liegen eh anders. Also Anja noch ist tatsächlich als Expertin im Rat der Republik, wird aber nicht nach Wien kommen, würde sie nach Wien kommen, dann nicht auf ein Panel zum Iran oder zu frank-französischen Altersvorsorge oder auch zu Russland oder auch eben zu Israel, was auch ein Thema ist, zu dem sie sich ab und zu äußert, sondern zu ihrem Schreiben. Also wir sind ja trotzdem ein Kunstfestival. Also sie kommt nicht, das Thema ist für uns jetzt auch nicht der Grund, warum wir sie eingeladen haben, mir war das auch gar nicht bewusst und ich finde es auch nicht wirklich interessant, dass sie neben allen 50.000 offenen Briefen auch einen unterschrieben hat, wo glaube ich, ich weiss jetzt gar nicht mehr, was das war, die Teilnahme, denke ich mal, an der Phänetik-Piennale von Israel infrage gestellt wird oder was auch immer oder das Verhalten der deutschen Kulturinstitutionen gegenüber Israelkritik oder irgend sowas. Und da habe ich auch gesagt, den Begriff Antisemitismus, der den Plan, eine Ebene, nämlich die Ebene der Juden, planmässig auszulöschen, bezeichnet, diesen Begriff für jemanden zu verwenden, der ab und zu mal die israelische Besatzungspolitik kritisiert hat, ist so absurd, als würde man sie Frankreich-Hasserin nennen, weil sie ab und zu die Politik von Macron kritisiert. Ich glaube nicht, dass Anni Ernault alle Franzosen auslöschen will, genauso wenig wie sie, also wie gesagt, hier wird Schienluder getrieben mit Begriffen und das ist einfach nicht, es ist einfach nicht hilfreich und ich glaube da ist, um nochmal darauf zurückzukommen, gerade so ein Ort wie die Wiener Festwochen in Möglichkeit und auch die Rede von Omri Böhm auf einer Diskurshöhe über diese Dinge nachzudenken, wo der Missbrauch von Begriffen und Positionen durch Lokalpolitik für einmal wirklich zugunsten aller ausgeblendet wird. Es gab auch einen ziemlich heftigen Vorwurf von Oskar Deutsch von der israelischen Kultusgemeinde, er hat dir vorgeworfen, dass du dazu beiträgst, jüdisches Leben in Österreichs Hauptstadt unsicherer zu machen. Was sagst du dazu? Ja, ich hatte Oskar Deutsch ja zwei Briefe geschrieben, er hat leider darauf nie geantwortet, wo ich auch nochmal die Fakten dargelehnt habe. Unser Programm ist fast schon voll von Produktionen zu jüdischem Leben, von jüdischen Macherinnen. Wir haben die zwei größten Stücke, die wir überhaupt zeigen, angeheuerte Personen von Elfriede Jelinek und Parallax von Conor Mondruschko, sind jüdische Familiengeschichten, könnte man sagen, nachdenken über Antisemitismus heute. Wir haben einen ganzen Prozesskomplex zu sogenannten linkem Antisemitismus, aber auch Missbrauch des Antisemitismusbegriffs von rechts. Das sind Themen, die uns unglaublich interessieren. Und wie gesagt, das ist für mich eine Instrumentalisierung und auch ein Nicht-Annehmen eines Diskursgebots, das ich sehr, sehr schade finde. Auf der anderen Seite natürlich, Oskar Deutsch nehme ich auf eine andere Weise ernst als Sachslehner. Also ich meine, ernst als jemand, der eine natürlich gerechtfertigte Angst vertritt. Es gibt real Antisemitismus in Europa. Antisemitismus ist ein jahrtausendealtes Problem. Man kann nicht einfach sagen, ich bin kein Antisemit. Man muss sich da schon auch wirklich hinterfragen. Also auch bei Israelkritik. Also ich gelte ja lustigerweise in Belgien, Frankreich, gelte ich ja als Zionist fast schon, nur weil ich ab und zu sage, seid doch ein bisschen vorsichtig mit eurer ständigen Israelkritik. Warum kritisiert ihr eigentlich Israel für das Gleiche, wofür ihr, keine Ahnung, die USA in der Invasion von Afghanistan oder im Irakkrieg nicht so stark kritisiert habt, in viel kleineren Ausmaßen, warum ist es da ein viel größeres Problem? Hinterfragt euch doch mal, ist da vielleicht noch was anderes drin? Ist da eine Scharfsichtigkeit drin, die man bei anderen Nationen nicht hat? Also gibt es einen Doppelstand? Und ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn Oskar Deutsch versucht, diesen Punkt klar zu machen, dann kann ich ihm nur schreiben und sagen, lassen Sie uns treffen, passen Sie auf, die Dinge sind nicht so, wie Sie sie sehen, aber gleichzeitig kann ich die übertriebene Sicht der Dinge aus einer realen Erfahrung eines tödlichen europäischen Antisemitismus heraus, der heute noch fortlebt, es gibt Angriffe Jüdinnen und Juden die ganze Zeit, kann ich total verstehen. Ist übrigens auch ein Problem, ein viel grösseres Problem, als in Frankreich oder in Belgien. Also das ist wirklich eine Sache, die spielt eine riesige Rolle in den Wiener Festwochen. Deshalb habe ich Oskar Deutsch natürlich auch sofort eingeladen und gesagt, der Rat der Republik steht Ihnen frei. Es würde mich freuen, wenn Sie Teil davon würden. Der Nahostkonflikt hat an sich die Debatte über Boykotte im Kulturbetrieb massiv angefeuert. Wo ist da deine Position? Ich habe manchmal das Gefühl und das betrifft die beiden Extreme, die ich in meiner Arbeit, da ich wie gesagt zwischen Belgien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich hin und her pendle, die beide extreme Seiten anbelangt, dass ich der Meinung bin, dass Boykotte, sei es gegen Israel, sei es gegen palästinensische Künstlerinnen, sei es gegen Israel-Kritikerinnen, die ganz oft selber Bürgerinnen in Israel sind, die selber jüdisch sind, dass das nichts bringt. Ich glaube wirklich, man muss miteinander reden, die roten Linien müssen ganz klar sein, natürlich Existenzrecht Israels, gleichzeitig muss es aber auch einfach möglich sein, nicht gleicher Meinung zu sein, weil das ist das System, in dem wir beschlossen haben, miteinander zu leben, wir müssen mit der gleichen Schärfe auf unsere koloniale Vergangenheit gucken, wie wir auf unsere genozidäre Vergangenheiten, auf unseren europäischen Antisemitismus gucken. Ich kann nicht verstehen, dass dieses Leiter-Denkmal da immer noch rumsteht, das sind einfach Dinge, die sind irgendwie crazy und ich verstehe es sowohl in Bezug auf Antisemitismus wie in Bezug auf Rassismus und Kolonialismus nicht, dass wir einfach nicht fähig sind, darüber zu reden und gleichermassen daraus zu lernen, anstelle zu sagen, du sprichst über Antisemitismus, das heißt, du bist Rassist, beziehungsweise du sprichst über die Kolonien, das bedeutet, du nimmst den Holocaust nicht ernst und ich glaube, dass, also wenn wir da nicht drüber hinwegkommen, ich hoffe wirklich, dass Omri Böhms Rede da ein Meilenstein sein wird. Wenn wir da nicht drüber hinwegkommen, dann keine Ahnung, dann befinden wir uns in Minimaldissenzen, die eigentlich einen neuen europäischen ethischen Moralismus irgendwie verhindern. Apropos Minimaldissens, ein anderer Umstritt der Rat der Republik ist Yanis Varoufakis. Ich habe schon vor ein paar Jahren zu deinem aktuellen Dramaturgen Robert Miesig gesagt, Yanis Varoufakis ist der Karl-Heinz Grasser der Linken. Warum ist der im Rat der Republik? Also ich kenne Yanis Varoufakis natürlich schon lange, also auch viele andere, die mit ihm bei Diem sind, Sretko Horvat und so weiter, ich habe viele Sachen zusammen mit Diem gemacht, ehemals Diem, weil mich ihre Idee, dass sich eigentlich die europäische Zivilgesellschaft zusammenschließt, nochmal neu ermächtigt, über Parteigrenzen hinweg, über die Zerwerfung der EU hinweg, dass die EU von innen demokratisiert und auch von unten demokratisiert wird, tatsächlich aus einer sozialdemokratischen Idee heraus, die Demokratie zu stärken, das ist der Grund. Also diese jahrzehntelange Erfahrung, glaube ich, ist das, was mich an ihm interessiert. Natürlich, es gibt so eine Aussage zum Massaker vom 7. Oktober, es gibt aber auch so eine Aussage, dass er gesagt hat, ich will niemanden, er hatte damals gesagt, ich will nicht die Hamas kritisieren, das ist absolut inakzeptabel. Er hat aber nachgeschoben, ich will überhaupt niemanden kritisieren, weil ich als Europäer mir dieses Recht nicht anmasse. Und er hat auch gesagt, ich wäre das erste Opfer der Hamas. Also er hasst natürlich Islamisten wie wir alle, er verurteilt dieses Massaker wie wir alle. Ich glaube einfach, dass er in einer, also in der Trennschärfe, wie aktuell diese Debatte geführt wird, dass er als, wie soll ich sagen, in seiner, in seiner, wie hast du ihn genannt? Der Karl-Heinz Grasser der Linken. Also es haben sich viele damals in den Karl-Heinz Grasser verliebt eigentlich, weil er so fesch war und weil sie geglaubt haben, der steht für etwas ganz Tolles. Und das war deshalb meine Assoziation. Mein Varoufakis, er hatte ein ähnliches Gefühl. Er war ein bisschen ein Popstar mit seinem Motorrad und alle haben sich vorgestellt, das ist eigentlich die neue Linke. Und es hat sich meines Erachtens herausgestellt, dass da eigentlich sehr wenig dahinter war bei ihm. Ja, das kann sein. Ich glaube wirklich, dass er als Denker und Figur interessant ist, aber er sagt nicht mehr als einer von hunderten. in diesem Rat. Also ich glaube, man muss jetzt auch nicht alles auf die schwächlichen Schultern einer einzigen Individualität legen, sondern jeder hat seine Expertise. Ich bin auch noch ein Würstchen und außer in Friedrich Jelinek und ich finde auch Hanni Arnaud sind wir vielleicht alle Würstchen in diesem Rat und Sandra Hüller. Also es gibt ein paar tolle Frauen, aber ich glaube, wir selber müssen uns nicht übertrieben ernst nehmen. Und ich glaube, auf der anderen Seite, also ich habe nur von Sreczko gehört, dass Janis Varoufakis jetzt ein Buch schreibt mit dem Titel die Frauen meines Lebens oder ein Buch über die Liebe. Und dann dachte ich auch so, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Das ist ja mega peinlich. Und da gibt es halt einfach gewisse Dinge, die, glaube ich, die sind ja anders und das ist halt. Vielleicht kommt er noch zusammen mit dem Karl-Heinz Gasser. Ich könnte mir vorstellen, dass ich viel mit einander sage, nicht, das zu beplaudern hätte. Eine besondere Rolle im Festwochenprogramm werden die Wiener Prozesse spielen. Was wird da geboten? Die Wiener Prozesse, das ist ein Format. Ein Diskursformat, könnte man sagen, aber auf der Schablone von richtigen Prozessen mit richtigen Richtern, richtigen Anwälten, richtigen Anklagen, richtigen Artikeln, richtigen Vorurteilen. Und da haben wir verschiedene Themen. Das ist ein ziemliches Mammutsprojekt. Also die beiden bemitleidenswerten Dramaturgen Robert Nissek und Klaus Philipp zusammen nach dem Kamm-Hornbostel sind ja am Suchen jetzt von einer Committee Man, könnte man sagen, des österreichischen Staates, der Republik, nach drei Großgefäßen. Also eins ist das ganze Gemaukel, Gerede, die Medienwelt und so weiter und so fort während der sogenannten Corona-Epidemie, während Covid. Also was ist da eigentlich gelaufen? Welche Meinungen haben Platz gekriegt, welche keine? War das vielleicht tatsächlich aus der Kraftsitzung gewissem Grundrecht oder war es toll, was da gemacht ist? Und da holen sie wirklich die besten Leute rein. Entschuldigung, das ist da kurz ein Hacke. Ursprünglich war ja geplant, über Korruption, die korrupte Republik zu reden. Um das vollständig zu verhandeln, würde man aber wahrscheinlich eher ein Prozess Ja brauchen. Und jetzt wurde beschlossen, dass es um die Aufarbeitung der Corona-Krise eben gehen soll. Was wäre dir da wichtig? Ja, also ich glaube natürlich, also einerseits tatsächlich Korruption. Also wer hat eigentlich an diesen Masken, an diesen ganzen Geschichten verdient oder an den ganzen Ausgebebeschränkungen? Wer ist daran zugrunde gegangen? Warum sind diese Beschränken genau so zustande gekommen? Eine andere Frage ist die Berichterstattung darüber. Also es wird ja eben gesagt, die Medien waren gleichgeschaltet. Es gibt gewisse Podcasts und so weiter, die ja bis heute behaupten, dass es diese Epidemie eigentlich wissenschaftlich gar nicht gegeben hat, sondern dass das wie eine Art Erfindung war. Also wer kann wie wo zu Wort? Und da werden wir tatsächlich auch einfach stimmen zu Wort. Das ist immer mein Interesse gewesen, den ich persönlich aus meiner, aus meinem Meinungskorridor heraus eigentlich keinen Ort geben will. In den Prozessen haben sie den. Und das ist eigentlich der Witz dieser Prozesse. Also die machen wirklich das Spektrum weiter. Das heißt, du nimmst das Risiko in Kauf, dass das möglicherweise von Schwurblern gekapert wird auch? Ja, also gekapert. Das ist ja das Schöne an Prozessformaten. Die Schwurblern werden aber auch brutal ins Kreuzverhör gebracht. Es gibt ein extrem krasses Zeitregime. Also Schwurblern haben eben, ich denke, auf Podien und so weiter gute Karten, aber in einem Prozessformat sind wirklich die Karten für Leute, die nicht gut vorbereitet sind, die einfach nicht recht haben, auch irgendwie schlecht. Das zweite Prozesswochenende hat eben den Titel Anschläge auf die Demokratie. Wodurch siehst du die Demokratie derzeit am massivsten gefährdet? Konkret in diesen Prozessen tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, wachsenden sogenannten Populismus. Also quasi in Parteien, die innerhalb der Demokratie eigentlich ein anti- oder postdemokratisches und teilweise ja prädemokratisches, wenn man die Vergangenheit der FPÖ anschaut, Programmfahren. Und das, glaube ich, ist ein Problem. Ich denke immer, wenn ich mir auf die politischen Positionen gucke, die sich aktuell hervortunen im Begriff Antisemitismus und wenn man da ein paar Jahrzehntchen zurückgeht, sieht man innerhalb der gleichen Partei Menschen, die selber die größten Antisemiten waren. Wie geht das zusammen? Also ich glaube, wir sind da schon in einem Moment unserer, wie soll ich sagen, zivilgesellschaftlichen Entwicklung, wo uns ein bisschen die Zügel in Bezug auf, was sind eigentlich die Grenzen der Meinungsfreiheit, was sind die Grenzen der Toleranz, wo kippt die Demokratie in eine Mediendiktatur hinein, dass wir die untersuchen müssen. Der Georg Leirer hat gestern im Kurier geschrieben, die FPÖ sollte den Festwochen eine Zusatzsubvention überweisen, denn eine bessere Wahlhilfe als diese Veranstaltung könnten sich die Blauen gar nicht wünschen. Ist das so? Also zum einen will ich auf gar keinen Fall diese Zusatzsubventionen infrage stellen. Also die sollen selbstverständlich überwiesen werden. Auf der anderen Seite, also dass der Ruf der Linken oder der Halblinken oder der Mittellaut wird, sobald man der Rechten das sogenannte Podium gibt und dass das dann eigentlich kontraproduktiv ist und so weiter, dann widerlegt sie, dann diskutiert besser, dann habt ihr besseren Argumente. Also daran glaube ich überhaupt nicht. Du glaubst doch nicht, dass ein Märtyrer-Effekt dann entstehen könnte, dass man sagt, ja, da wird die arme FPÖ wieder vorgeführt von den Entscheidungsträgern aus dem Kulturbetrieb. Du hast ja diesbezüglich interessante Erfahrungen gemacht schon in Zürich. Es gab ja die Zürcher Prozesse, wo es um das Thema die Weltwoche gibt, ging die Zeitschrift von Roger Köppel. Da hat es ja auch damals geheißen, naja, nützt es nicht eher der Weltwoche, dass sie hier angeklagt wird? Genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass es natürlich auf der Weltwoche nützt. Es nützt aber auch den Gegnern der Weltwoche. Du hast ja die Leute, die in der Weltwoche oder die die Feindbilder der Weltwoche sind, weil man plötzlich bei einigen Dingen gesehen hat, die Weltwoche hat einfach auch Recht an gewissen Punkten. Und an ganz vielen Punkten hat sie einfach nicht Recht. Weil ein Prozess ist schon sowas wie ein Wahrheits-, ein Lügendetektor. Das kann teilweise gut und teilweise nicht gut rauskommen. Aber der Unterschied zu irgendeiner Talkshow, wo sich der, der am lautesten und am lustigsten spricht, am besten hervortut, das ist bei dem Format eben nicht so. Also ich glaube, die Leute, die jetzt das sagen, werden erstaunt sein, wie streng und effektiv dieses Format ist. Das dritte Prozesswocheende läuft dann unter dem Motto die Heuchelei der Gutmeinenden. Was ist damit gemeint? Ja, es gibt ja eine ganze Klasse von Leuten, zu denen ich eben auch gehöre, die eigentlich denken, dass sie wissen, wie es besser wäre in der Gesellschaft, wie sie humaner wären, wie sie gerechter wären, wie die Verteilung der Güter und der Aufmerksamkeit und der Liebe natürlich auch besser verlaufen könnte, als es heute in dieser sehr neoliberal angehauchten, sehr immer noch von westlichen Industriestaaten kontrollierten Weltdemokratie eigentlich der Fall ist. Und da fragen wir uns sehr gut, wenn jetzt die letzte Generation diese Anschläge macht, gegen Bilder sich festklebt oder wenn jemand wie ich seine Stücke und seine Prozesse macht und so weiter, tut er sich da nur selber damit hervor? Ist das eigentlich eine Form von Kapitalisierung von dem, was eh schon schlecht läuft und man verbessert es gar nicht, sondern man macht es eigentlich noch mal schlechter und auf einer höheren Ebene wird es noch mal ausgebeutet, die Opfer dieser Welt? Das sind die Fragen, die wir da stellen und gibt es zum Beispiel, ich meine, es ist wirklich das, aber ich sage, Oskar Deutsch, ich lese seinen Brief genau, ich bin nicht gleicher Meinung, ich schreibe meinen zurück, wo ich sage, das sind die Fakten und deshalb bleibe ich bei meiner Meinung, aber ich nehme das sehr ernst, weil es gibt tatsächlich sowas wie einen linken Antisemitismus, denke ich, oder zumindest eine Blindheit gegenüber dem ganz spezifischen Leid dieser Bevölkerungsgruppe und auch der Gefährdung von Jüdien in Europa, also das muss man auch untersuchen und dann frage ich mich natürlich, wenn so ein Konflikt gibt, frage ich mich nicht, was sind das alles für Idioten, sondern ich frage mich immer, wo könnten sie, wo könnten sie Recht haben? Wo könnte es sein, dass etwas, dass etwas wirklich nicht sehr effektiv ist darin, wie wir arbeiten? Es kann ja sein, dass am Schluss die Sache mit der FPÖ, dass wir die einladen, mit denen auch zusammenarbeiten in der Auswahl der Expertinnen, dass sich das wirklich als nicht nur positiv herausstellt und da wollte ich einfach eine, ich wollte nicht, dass wir so tun, als wären wir selber eine Instanz, die gewisse Massen von der objektiven Warte heraus auf die ganze korrupte Republik hinunterschaut und sagt, aber wir selber, wir stehen quasi auf ewigem Eis, wir können da nicht wegschmelzen und auch reinfallen in den trüben Tümpel, sondern wir müssen da auch rein und deshalb dieser dritte Prozess. Das ist aber praktisch, weil du kannst dich am dritten Prozesswochenende gleich für das anklagen, was an den anderen zwei Prozesswochenenden schiefgegangen ist. genau, das ist eigentlich perfekt. Ich glaube, dass auch die Anklagen, ich habe Lust, weil es gerade gestern darüber eine Debatte gab, die ändert sich eigentlich von Woche zu Woche, weil immer neue Dinge dazukommen und andere Dinge werden unwichtiger und natürlich werden während der Festwoche plötzlich Verfehlungen an sich kommen, die so krass sind, dass alles andere unwichtigen. Es geht aber, glaube ich, nicht nur um den Kulturbetrieb bei den Gutmeinenden. Es ist schon auch gedacht, zum Beispiel Umweltschützer oder Klimaaktivisten zu thematisieren. Genau, also die Aktivisten sind natürlich genauso fragwürdig. Also es gibt ja, ich bin ja ein großer Freund der Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft. Ich denke ja wirklich, dass die ganze Parteipolitik, wie sie läuft, ein Teil der Lösung ist. Also Lobbybuilding ist extrem wichtig, aber andere Dinge können tatsächlich besser von den sogenannten Konsumentinnen selber entschieden werden. Ich habe auch ganz viele Projekte gemacht, wo es eigentlich darum ging, wie man eben kleinen Dinge machen kann. Man kann dann oft aber auch die eigene Bedeutsamkeit und die Richtigkeit des eigenen Handelns brutal überschätzen und manchmal auch tragisch unterschätzen. Und dass man das eigentlich untersucht, sage ich mal, die Grundidee der Freien Republik wie, nämlich, dass wir selber da souverän sind, das muss man natürlich auch hinterfragen. Also die Revolution frisst sich selbst, wie man so sagt. Zur Anklage gegen dich möchte ich gleich was beitragen. Ein Vorwurf, der dir von ganz anderer Seite gemacht wurde, ist, dass deine Theaterarbeiten postkolonialistisch seien. Das könnte ich nämlich in einem Punkt nachvollziehen. Du bist Schweizer, das Geschlecht der Habsburger hat seinen Ursprung in der Schweiz und jetzt kommst du daher und eignest dir mit deiner Bühnenarbeit Autochton österreichische Korruptionskultur einfach so an. Hast du da wenigstens schlechtes Gewissen? Ja, also ich meine, ich muss dir schon einen Menschen, der innerlich zerrissen ist und nachts wachliegt vorstellen, wenn du an mich denkst. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ständig nur fröhlich auf den Wogen und auf dem Flow reitet, aber gleichzeitig denke ich immer auch, meine Projekte sind ja Plattformen, wo hunderte von Leuten, jetzt in diesem Fall ganz vielen Habsburgerinnen, zu Wort kommen. Und ich hatte eigentlich diesen neokloniales Gefühl, hatte ich lustigerweise, immer am stärksten, wenn ich zurück in die Schweiz kehre und plötzlich sage, ich bin doch Schweizer und jetzt mache ich ein Projekt und das hat die Leute immer nach mir genervt, als wenn ich immer in Ausländern war. Okay, so gesehen wäre möglicherweise auch ein Asylgedanke vielleicht für dich interessant. Warum hast du dir Wien als neue Wirkungsstätte ausgesucht? Es kam diese Idee, dass mit den Festwochen, dass ich die leiten könnte und da bin ich nach Wien gegangen, um mit dieser Jury zu sprechen und ich war ja oft in Wien. Ich habe jetzt mal gestern zurück auf die Liste, weil ich so ein Dokument korrigieren musste. Ich war da bis sechsmal in den Festwochen und zehnmal mit Anstöcken in Wien und so weiter. Es war aber immer mega kurz und dann war ich plötzlich eine Woche da und habe mit ganz vielen Leuten schwach und bin durch die Stadt gelaufen und dann hat es mich so reingesogen und bin ein totaler Fan geworden. Es ist wirklich, es ist ganz faszinierend, wenn ich so jeweils in Wien ankomme, überkommt mich so eine zufriedene, ein Glück, wie es mir eigentlich in anderen Städten nicht so geht. Also als wäre ich wirklich Tourist in meinem eigenen Selbst und ich weiß nicht genau, warum Wien das hat. Also ich mag zum Beispiel, du hast jetzt einige toxische Angriffe zitiert, die haben mir zum Beispiel in Berge immer ein bisschen gefehlt. Also ich mag an Wien, dass alle so, wie soll ich sagen, so genau beobachten, was getan wird und dann draufhauen. Auch wenn es eigentlich im Grunde gar keinen weiteren Sinn macht, als das Geräusch, das draufhaut uns selbst. Das finde ich irgendwie toll und es gibt da so ein paar Sachen, die, ich bin ja selber Ostschweizer, ich komme ganz, das ist auch ein äusserst missgünstiger Teil des Planeten und ich habe da, das habe ich einfach vermisst in Westeuropa und jetzt komme ich wieder nach Zentraleuropa und es ist total schön und dann hast du natürlich die Großartigkeit, du hast diese unglaubliche Konstellation von Geschichte, Talent, Durcheinander von Leuten und vielleicht das Letzte, was ich total vermisst habe in Westeuropa und gar nicht wusste, dass ich es vermisse, ist die Nähe zum Osten, also die Nähe zu Russland, Ukraine, Ex-Jugoslawien, also dass du diese, dass du plötzlich eine Großstadt hast, wo man zwar noch Deutsch spricht, aber diese Vibration merkt, die aus dem Osten kommt, das hat mich total geschält in Brüssel und Paris. Was erwartest du dir von Wien? Also ich erwarte schon, dass ich nach spätestens einem Jahr aus der Stadt gejagt werde, das wurde mir auch verkündigt, ich habe letzt in einem Artikel gewissen, wo es hieß, der diesjährige Intendant, der wie in der Festwochenland, jetzt bin ich schon diesjährig, ich habe ja eigentlich im sozialen Vertrag, nach alter Stalinistisch schon ein Jahr, aber ich bin schon diesjährig und dachte so, aha, okay. Na gut, also ich erwarte mir schon, dass aus diesem ersten Jahr, wo wir ja wahnsinnig viele, auch mehrere Bewegungen in alle Richtungen machen und Netzwerken wie verrückt, dass sich daraus ein Spannungsfeld ergibt, mit dem wir nachher weiterarbeiten können. Also ich habe jetzt schon Dutzende von Menschen kennengelernt, wo ich einfach denke, auch wenn ich dann aus der Stadt gejagt werde, dann habe ich diese Menschen kennengelernt. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das würde ich gerne für übermachen im Festival, dass ganz, ganz viele, ganz total, wie man immer so ein bisschen blödsinnig sagt, unterschiedliche, aber so ist es eben, Menschen aufeinandertreffen, die ihre Dinge zeigen. Glaubst du nicht, dass du Professor wirst? Professor? Für welches Fach würdest du mich denn? Na ehrenamtlich. Nein, in Wien wird man sehr schnell, also weil du sagst, du wirst angefeindet und so, ja, das ist die eine Variante, aber das schließt das andere nicht aus. Dass man dich dann quasi, wenn du dann weg bist, dann dich dann hochleben lassen würde und sagen würde, so gut wie unter dem Rau warst, nie. Und er wird jetzt ehrenamtlicher Professor. Ja, das fände ich also super. Also ich meine, meine Mutter, ich muss ihr das sofort sagen, dass ich bald Professor werde, weil das ist ihr Plan und es hat nicht geklappt, aber wenn es in Wien klappt, bin ich dankbar. Ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht. Eine letzte private Frage hätte ich noch. Von verschiedenen Journalisten wurdest du wahlweise als der interessanteste, einflussreichste oder kontroverseste Regisseur unserer Zeit bezeichnet. Ist es alles gleichzeitig zu sein nicht auch ein bisschen anstrengend? Nee, nee, nee. Das ist ja eine, also das ist ja, da steht man ja wirklich daneben und liest das. Ich bin aber eigentlich durchgehend tiefenentspannt und ich merke auch, also ich meine, du weißt ja, wie es ist. Das Leben besteht aus ganz vielen kleinen Erniedrigungen und wenn dann mal ab und zu ein netter Begriff auftaucht, ist das schon erfrischend. Also du kannst schon auch mit Lob leben? Ja, ja, ich probiere das oft bei anderen Leuten, dass ich ihnen so ein ganz krasses Lob ins Gesicht feuere und gucke, wie sie damit umgehen und das kann eigentlich niemand. Also die erstarren dann alle und man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Ich glaube, mit Lob umgehen ist eine der höchsten Kulturpraktiken überhaupt, aber ich kann es natürlich auch nicht. Na, dann sage ich abschließend für die kommenden Wiener Festwochen, lieber Milo, danke für das Gespräch und möge die Übung gelingen. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Das war die 98. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für Sie was Interessantes dabei und Sie müssen sich nicht wie HC Strache beklagen, dass Sie satirisch verblüdet wurden. Straches Ziel war ja, wie wir vom Ibiza-Video wissen, die Urbanisierung. Was genau damit gemeint ist, bespreche ich nächste Woche mit dem Journalisten und langjährigen Ungarn-Korrespondenten Stefan Oschwart. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber . Untertitelung des ZDF, 2020